Hi und hallo Spielefreunde, hier ist es nun also das erste Weekly im neuen Jahr mit neuen Reviews und wie gewohnt auch wieder mit einem Blick auf unsere Spieltische. Ich wünsche euch gute Unterhaltung. In dieser Woche gab es drei neue Rezensionen. In Nunatak errichten wir einen Tempel aus Eis und heuern dabei einige Helfern. Zunächst besteht der modulare Spielplan nur aus 25 zufällig verteilten Bodenplatten, doch die werden nun reihum bebaut, indem sich die Person, die am Zug ist, eine der ausliegenden Karten aus dem Angebot greift und ein entsprechendes Feld mit identischem Symbol mit einem eigenen Eisblock belegt. Bestimmte Karten liefern sofort Effekte, nämlich das Tauschen zweier Bodenplatten oder das Aufnehmen einer Segenskarte, die wiederum zusätzliche Vorteile liefert. Schließt jemand eine Reihe, gibt es dafür Schritte auf der Baumeisterleiste, schließt jemand ein Quadrat, werden Mehrheiten bestimmt und es gibt entsprechend Punkte. Vor allem wächst der Tempel dann aber auch dank einer neuen Bodenplatte in der nächsten Ebene in die Höhe. Unterstützersteine der eigenen Farbe bringen fortan ebenfalls Punkte beim Belegen eines Feldes in einer höheren Etage. Ist der Tempel vollendet, gibt es eine Schlusswertung, die die eigene Sammlung aller sechs Kartenarten auf verschiedene Weise bewertet. Da gibt es dann zum Beispiel Set-Collecting-Wertungen, eine Mehrheitenwertung oder Multiplikatoren wie Anzahl der Karten mal Punkte auf der Baumeisterleiste. Nun, der Tag ist definitiv ein Hingucker, wenn der farbige Eis nun eigentlich ist es ein Papp- und Kunststofftempel in die Höhe wächst. Das Material ist gut durchdacht und stabil, sodass das Spiel nicht auch noch zum Geschicklichkeitsspiel wird. Die Regeln sind simpel, Karte nehmen, Feld belegen, mehr ist es nicht. Und doch ist das taktisch, denn man möchte Mehrheiten für sich entscheiden, Reihen schließen und vor allem auch auf die Schlusswertung hinarbeiten. Da kann es dann auch mal sinnvoll sein, auf einen Premiumplatz im Tempel zu verzichten, wenn man dafür eine begehrte Karte erhält. Natürlich ist da auch immer ein wenig Glück im Spiel vorhanden, denn das Kartenangebot ist halt zufällig. So muss ich mich in jedem Spielzug entscheiden, was mir gerade am meisten hilft. Langfristige Strategien sind nur bedingt möglich, das geht aber auch vollkommen in Ordnung so, denn letztlich bleibt nun am Tag ein taktisches Familienspiel. Das mir zu viert am besten gefällt, da die Konkurrenz dann größer ist. Zu zweit spielt er ein imaginärer Mitspieler mit, was ich eigentlich nie besonders gern mag. Hier wird er aber zur aktiv steuerbaren taktischen Komponente, die bei Mehrheiten und Reihenwertungen mitzählt. Von daher ist das jetzt kein Störfaktor, sondern ein ins Spiel integriertes Element. Für sich sind die beiden Konzepte, also das Bau mit Area Control und die verschiedenen Kartenwertungen am Ende jetzt gar nichts komplett Neues. So was kennt man aus anderen Spielen, aber in der Kombination ergibt sich definitiv ein rundes Gesamtbild, das mir gute sieben Kultpunkte wert ist und das mit acht Punkten bei unseren Nicht-Experten-Spielern sogar noch einen Punkt mehr abstauben konnte. Ein eigenes Review-Video gibt's auf unserem Kanal. In der Ninja Academy stellen sich die Ninja-Schüler Duell- und Teamherausforderungen, die sie unter Einbeziehung des Materials, Figuren, Balken, Karte, auch die Schachtel bewältigen müssen. Die Aufrufkarte gibt dabei vor, wer im nächsten Minispiel antritt, dem Sieger winken drei Münzen. Da geht es dann zum Beispiel in Geschicklichkeitsspielen Ninja-Figuren auf einer Karte zu stapeln, die sich wiederum auf einem Balken befinden muss, oder Ninjas müssen auf eine vorgegebene Balkenformation geschnipst werden. Da gibt es auch Chat-Spiele, bei denen zum Beispiel die Anzahl der Spielmaterialteile erraten werden muss, die in die anschließend verschlossene Schachtel geschüttet wurden, oder es muss die Anzahl der stehenden Teile in der Schachtel geschätzt werden, wenn diese wie ein Würfelbecher auf den Tisch gestülpt wurde. Findet ein Duell zwischen zwei Spielern statt, können die anderen auch noch auf dessen Ausgang wetten, um eine Münze zu gewinnen. Wer nach allen Aufgaben die meisten Münzen gesammelt hat, ist der Sieger. Die Ninja Academy hat ihren Ursprung bereits im Jahr 2018. Da war das kleine Spiel erstmals zum Beispiel auf der Essener Spielemesse zu testen, allerdings noch nicht in deutscher Sprache. Das hat dann tatsächlich vier Jahre gedauert, bis sich ein Verlag einer deutschen Version annahm und Christoph findet, das ist gut so, dass es gemacht wurde. Die kleinen Minispiele, wie wir sie zum Beispiel früher aus dem Schlag den Rabspiel kannten, werden hier in ein witziges Thema gehüllt. Die Karten sind dementsprechend auch schön illustriert, vor allem aber sind die Regeln wirklich simpel. Da muss man vorher keine großen Regel, Erklärungen machen, da kann man sofort losspielen. Die Aufgabenkarten erklären dann immer in kurzen Worten das nächste Spiel und bei diesen Spielen kommt dann schnell Wettkampf-Feeling auf, alles auf Partyniveau, sodass die Einstiegshülle wirklich extrem niedrig ist, was für ein Spiel dieser Art wirklich positiv ist. Auf langer Sicht hätte sich Christoph gerne noch mehr Herausforderungen gewünscht. So wiederholen sich die Spiele dann recht schnell, aber das geht dennoch in Ordnung. Einzig die Tatsache, dass die Handgröße manchmal über den Erfolg oder Misserfolg einer Aufgabe entscheiden kann, muss man einfach so akzeptieren oder einfach üben. Wer eine spaßige Minispiele-Sammlung im Turniermodus sucht, der macht mit der Ninja Academy in Christophs Augen nichts verkehrt. Er vergibt sehr gut Dachkultpunkte. Five Towers sollt ihr bauen, doch jeder Turm darf in Form von nummerierten Karten nur aus einer Turmart bestehen und sollte dabei möglichst lückenlos sein, um am Ende viele Punkte zu liefern. Doch von vorn, da liegen immer fünf Karten in der Mitte aus, auf die ihr dann bietet. Jeder sagt, wie viele Karten er aufnehmen möchte bzw. kann. Der Startspieler beginnt, die anderen können dann reihum erhöhen oder passen. Wer die höchste Zahl angesagt hat, maximal fünf, erhält die entsprechende Kartenanzahl, muss sie dann aber auch verbauen. Wie gesagt, jede Turmart für sich und das auch noch so, dass unten möglichst hohe Zahlenwerte liegen. Die Werte reichen von 0 bis 15. Um einen Turm wachsen zu lassen, braucht es nämlich eine Karte, die auf eine höhere gelegt wird. Gegebenenfalls darf auch die oberste Karte eines Turms abgerissen werden, um eine neue hoffentlich bessere einzufügen. Allerdings kosten eine abgerissene Karten am Spielende Punkte. Zwei der drei Sonderkarten ermöglichen flexibleres Bauen, indem zum Beispiel auch mal eine höhere Karte auf eine niedrige gespielt werden darf. Die 0 schließt zudem einen Turm dauerhaft ab, bringt dann aber am Ende nach dem zweiten Durchspielen des Stapels auch zwei Punkte pro Karte im Turm, während alle anderen Karten nur einen Punkt bringen. Lutz ist begeistert von dieser kleinen Perle. Auch bei diesem Spiel gilt, die Regeln sind simpel und auch das, was daraus entsteht, ist dann echt spannend, denn in jeder Runde überlegt man sich genau, wann man zuschlägt. Nehme ich freiwillig schlechtere Karten in Kauf, um dafür eine für mich perfekte Karte mitzunehmen, was mir aber nur gelingt, wenn ich das Gebot in der Auktionsphase erhöhe. Pokere ich darauf, lieber zu warten, um vielleicht insgesamt eine bessere Ausbeute zu machen, oder warte ich am Ende zu lange? Ab dem Spiel zu viert gibt es auch doppelte Kartenwerte, da wird es dann nochmals anspruchsvoller, immer nachvollziehen zu können, was da noch so im Stapel liegt. Dazu kommen dann die Entscheidungen, ähnlich wie beim bekannten Würfelspiel Quicks, über die Lücken, die ich bereit bin hinzunehmen. Lege ich auf eine 15, direkt eine 5, so ist das erlaubt, allerdings bietet mir der Turm dann nicht mehr viele Freiheiten. Aber vielleicht muss ich einfach in den sauren Apfel beißen, eventuell sogar mal eine Karte abreißen, um meinen Turm aufzuwerten, einfach weil ich mit den weiteren Karten meine anderen Türme perfekt pushen kann. Für die eleganten Regeln und eben das kurzweilige Spielgefühl vergibt Lutz dann insgesamt auch fast perfekte neun Kultpunkte. Einzig zu zweit gab es Situationen, in denen öfters niemand Interesse an der Kartenauslage hatte, so entstand damit unter ein gefühlter Leerlauf. Aber bei den anderen Konstellationen hatte Lutz auf jeden Fall immer viel Spaß mit diesem Spiel, sodass er auch eine klare Empfehlung ausspricht. Übrigens auch wegen der Kartenillustration, die witzige Referenzen zu fiktionalen Charakteren beinhalten. Und als Best-of-Review neu in unseren Weeklys, passend zum Winterwetter, Skull Canyon Ski-Fest. Da geht es für ein Wochenende ins Skigebiet. Um die Pisten zu befahren, benötigen wir Karten, die wir auf der Hand sammeln. Je nach Schwierigkeitsgrad der Piste muss dann ein Set aus identischen Farben oder Abfahrtsstilen ausgespielt werden, wobei vorgegebene Stile wie Slalom oder Skikross an den richtigen abhängen zusätzlichen Fame einbringen. Der Yeti kann als Joker dabei helfen, doch später zum Dank dann pisten oder löst gar eine Lawine aus. Absolvierte Pisten bringen Punkte und am Spielende Bonuspunkte, wenn man die Piste für sich beansprucht hat. Und wenn der Skitag nach mehreren Lift- und Abfahrten vorbei ist, geht es weiter zum Après-Ski, bei dem dann erlangter Fame in neue Karten Vorteile für die nächste Runde oder auch in Ausrüstung eingetauscht werden kann. Ja, das ist definitiv mal ein Thema nach meinem Geschmack. Seitdem ich drei Jahre alt bin, stehe ich auf Skiern. Was für diejenigen, die nie im Winterurlaub waren, aussieht wie ein Spielplan mit abstrakten Linien vor einem bergigen Hintergrund ist für Kenner-Ski-Fahrer Alltag. Ja, so wie der Spielplan sehen die Pistenpläne der Skigebiete aus, auf denen man sich orientieren kann, um den richtigen Lift zur richtigen Abfahrt zu nehmen. Die Optik passt thematisch also schon mal gut und dass man auch noch eine Après-Ski-Phase angehängt hat, führt dazu, dass man eine Partie von Skull Canyon wirklich wie einen echten Skitag erlebt. Spielerisch erinnert der Mechanismus ein wenig an Zug um Zug, allerdings ist er weniger restriktiv. Das Spiel macht auch Personenspaß, die nicht dieses Hobby teilen, dennoch scheint es einen klaren Vorteil in der Zielgruppe der Wintersportler zu haben, da dann eigene Urlaubserinnerungen für eine höhere emotionale Bindung an das Spiel sorgen. Mit dem Themenplus gibt es von mir sehr gute acht Kultpunkte für diese Mischung aus Glück und Taktik. Eine eigene Videoreview gibt es zudem auf unserem Kanal. Zu den neuen Reviews findet ihr natürlich auch wieder schriftliche Berichte auf unserer Webseite, ebenso findet ihr dort im Archiv dann auch immer die hier gezeigte Best-of-Rezension. Einfach mal reinklicken. Ja, und gespielt haben wir auch wieder einiges, Neues und Bekanntes, seht selbst. Da wäre zum Beginn gleich der Prototyp einer bald auf Gamefound startenden Crowdfunding-Neuheit Train Rush. Das ist ein Strategiespiel, Eurogame-Style, mit, wie der Name schon sagt, Eisenbahn-Thema. Allerdings geht es hier nicht um den Streckenbau, auch nicht um die Bewirtschaftung von Ressourcen, sondern um die Transport-Logistik und um Ressourcen-Management. In jeder Runde steigern wir Fortschrittsleisten, die uns zunehmend mehr Möglichkeiten im Spiel einbringen, zum Beispiel Investitionen in Form einer Art Worker-Placement, das Befahren der Schienen, um in Städten Unternehmer zu gewinnen, die eigene Lagerhäuser anmieten, um Aufträge zu erfüllen, die Punkte bringen, um den Schwarzmarkt zu besuchen, auf dem überzählige Ressourcen eingetauscht werden können oder um Wertungen und Boni auf den Gleisanschlüssen zu sammeln. Der Fortschritt auf den Leisten bzw. das Belegen von Einsatzfeldern bringt am Spielende dann noch zusätzliche Punkte für Mehrheiten. Mehr zum Spiel, das ab März eure Unterstützung sucht, gibt es bereits in kürzester Kürze in einer ausführlichen Preview bei uns. Ganz neu und schon erschienen Grease Monkey Garage. Da finden wir uns in einer Autowerkstatt wieder, die aus modularen Aktionsorten besteht. In jedem Spielzug bewege ich den Lehrling auf ein Nachbarfeld, um die Aktion auszuführen und anschließend auch meinen Mechaniker, wenn ich möchte, um eine zweite Aktion zu machen. Später im Spiel kann auch noch ein zweiter Mechaniker eingestellt werden, dann habe ich bis zu drei Aktionen pro Spielzug. Bewege ich mich nicht, darf ich auch keine Aktion ausführen. Worum geht es bei den Aktionen? Ums Beschaffen und Tauschen von Autoteilen, ums Annehmen von Reparaturaufträgen und dann eben auch die Durchführung der Reparatur mit den beschafften Teilen, wobei zu viele Kunden dazu führen können, dass ich einen Auftrag bis zum Spielende nicht erfüllt bekomme und das bringt Minuspunkte. Das Ganze ist als Wettrennen angelegt. Wer zuerst sechs Autos repariert hat, löst das Spielende aus. Um eine Werkstatt erfolgreich zu führen, müssen wir uns dabei in jeder Runde zudem auch noch zufälligen Ereignissen stellen. Eine ausführliche Review mit Video gibt es innerhalb der nächsten 14 Tage bei uns. In Ancient Knowledge werden wir zu alten Baumeistern die Monumente und Artefakte erschaffen und das Wissen darüber für die Nachwelt erhalten möchten. Dazu werden Karten an den eigenen Zeitstrahl gespielt. Jede Karte gibt vor, auf welcher Position sie startet, außerdem mit wie vielen Wissensmarkern sie belegt wird. Diese Karten liefern dann individuelle Funktionen, teils auch in Abhängigkeit benachbarter Karten. Ziel sollte es dabei sein, die Wissensmarker von den Karten einzusammeln, um eben das Wissen weiterzugeben, bevor es in Vergessenheit gerät. Die Karten altern nämlich nach jeder Runde und werden dann um eine Position nach links verschoben und wenn eine Karte mit Wissen in die Vergangenheit gerät, dann ist dieses Wissen verloren und führt am Spielende zu Minuspunkten. Andererseits bringen einen Karten in der Vergangenheit auch Punkte. Artefakte und sogenannte Erkenntnisse unterstützen uns in diesem Kennerspiel. Eine ausführliche Review ebenfalls mit Video gibt es dann auch demnächst bei uns. Auch Path of Civilization ist noch im Kennerspielbereich angesiedelt. Es nennt sich selbst ein Nationenverwaltungsspiel, okay. Über neun Runden entwickeln wir da die Menschheit. In jeder Runde spielen wir vier von fünf Technologiekarten auf unser eigenes Board. Karten, die auf den linken beiden Feldern landen, liefern einem Würfel, mit denen später dann Anführer und Wunder erworben werden, mit denen Schlachten und Herausforderungen gemeistert werden können oder die Philosophie vorangetrieben werden kann. Karten, die auf den rechten beiden Feldern landen, liefern Forschungspunkte. Diese werden auf den eigenen Fortschrittsleisten festgehalten. Pro Runde muss eine neue Karte erworben werden, die dann mit diesen Forschungspunkten bezahlt wird. So verbessern wir zunehmend unsere Möglichkeiten beim Ausspielen von Karten, wobei wir uns dann nach jeder Runde bereits vorher festgelegten, aber stets variablen Ereignissen stellen müssen, eben Herausforderungen in gelb, beziehungsweise militärischen Auseinandersetzungen in rot. Auch zu diesem Spiel wird es demnächst noch eine ausführliche Review mit Video auf unserem Kanal geben. Bleibt gespannt! Age of Innovation erschien im letzten Jahr als Sequel zum bekannten Experten-Spiel Terra Mystica. Nachdem es mit Terra Nova ja auch eine leichtere Variante des großen Spiels gab, folgte mit diesem neuen eigenständigen Spiel nun wieder echte Vielspielerkost. Erneut bevölkern die verschiedenen Gemeinschaften wieder die Welt, formen die Landschaften zu ihren Zwecken und errichten Gebäude. Auch der bekannte Kreislauf der Macht ist wieder vertreten, aber was ist neu? Die Variabilität. Die Gemeinschaften und Paläste sind keine Landschaft zugeordnet, sondern werden immer neu zusammengestellt. Mit Innovationen kann die eigene Gemeinschaft weiterentwickelt werden. Genau wie fürs Bezahlen von Aktionen gibt es dafür eine neue Ressource Bücher. Dazu gibt es dann auch noch neue Möglichkeiten für die Stadtgründung und neutrale Gebäude, die immer wieder neue strategische Entscheidungen einfordern. The Great Zimbabwe 2021 in der dritten Auflage erschienen ist ein komplexes Strategiespiel über den Aufbau einer handelsorientierten Zivilisation im alten Afrika. Dabei sind wir die Stammensführer und wollen die Götter mit dem Bau von Tempeln beeindrucken. Da geht es dann ums Management von Handwerkern, ums Sammeln von Ressourcen, den Kauf von Technologien, vor allem aber auch um das Errichten eines Netzwerks aus Denkmälern. Je höher ein Monument, umso besser. Dazu kann die Spielereihenfolge manipuliert, die wirtschaftliche Entwicklung vorangetrieben, die Logistik für Ressourcen und ihre knappen Bestände forciert werden, damit die Waren der Handwerker zu den Denkmälern geliefert werden können. Das ist alles als Wettrennen um die besten Spielzüge angelegt. Pro Spielzug ist nur eine Aktion möglich, also gilt es die richtigen Optionen zu wählen. Definitiv ein harter Brocken, wie vom Verlag gewohnt. Zielgruppe sind klar die Expertenspieler. Far Away ist ein schnell gespieltes Taktik- beziehungsweise Kartendraftspiel, bei dem wir den sich stets verändernden Kontinent Alula für uns entdecken. So wählen wir über acht Runden lang immer eine Karte aus, die dann für sich gewisse Voraussetzungen liefert, aber auch bestimmte Dinge einfordert, um damit Punkte zu sammeln. Die Karten werden also nacheinander von links nach rechts ausgespielt, ohne vorher schon zu wissen, wie sich der weitere Weg entwickelt. Wird eine aufsteigende Zahlenreihenfolge eingehalten, gibt es dafür auch noch Heiligtümer, die als Unterstützung. Der Clou, am Ende wird dieser Weg dann rückwärts abgelaufen, sodass die Ziele, die man sich gesetzt hat, über später hinzugefügte Karten beziehungsweise im Überheiligtümer erfüllt werden müssen. Eine deutsche Version wird 2024 bei Kosmos erscheinen. Im Kartenspiel Drachenhüter werden wir zu Zauberern, die, wie der Titel des Spiels schon verrät, die Aufgabe haben, kleine Drachen zu hüten. Da gilt es, Drachen einer Farbe anzusammeln, um Teile der magischen Amulette zu erhalten. Das magische Buch bestimmt, wie viele Karten einer Farbe angesammelt werden dürfen, doch als Zauberer könnt ihr darauf Einfluss nehmen und das Spiel in eure Richtung lenken. Was ist eure Taktik? Schnell Amulette vervollständigen und Perlen verdienen, möglichst viele Drachen einer Sorte sammeln und sie auf einmal ausspielen oder eine bestimmte Anzahl an Amuletten zusammengesetzt, endet das Spiel und wer nun die wertvollste Sammlung besetzt, gewinnt. Mehr zum Spiel gibt es bald in einem Testbericht auf unserer Webseite. Extravaganza macht uns zu Drag Queens, die in einem Lip Sync Battle gegeneinander antreten. Nein, kein Partyspiel, sondern ein taktisches Spiel. Da gibt es dann ein Lied, das aus Lyric Markern besteht. Jedes der fünf Jurymitglieder wählt dann eine Tanzbewegungskategorie aus, die bewertet werden soll. In jeder Runde zieht ihr zufällige Strasssteine aus dem Beutel und fügt sie der Bühne hinzu. Ihr bewegt euch, ihr zieht eine Karte und erhaltet Lippenplättchen, je nachdem wie viele Karten in der Auslage dieselbe Farbe haben. Dann folgt der Tanz und ihr spielt eine Bewegungskarte aus, deren Qualität ihr mit Strass erhöhen dürft. Außerdem gebt ihr Lippenplättchen aus, um die Lyrics der Songs für euch zu beanspruchen. Das alles gibt Punkte und davon umso mehr, je mehr die Jury beeindruckt ist. Und ob Lutz beeindruckt ist von diesem Spiel, das erfahrt ihr bald in einem Testbericht auf unserer Webseite. Abra Kadabra, dreimal schwarzes Lama. Ja, Lama Kadabra ist ein neues eigenständiges Kartenspiel, basiert aber natürlich auf dem bereits bekannten Kartenspiel Lama, das ja 2019 sogar zum Spiel des Jahres nominiert war. Und ihr wisst es, ich bin Lama-Fan, leider nicht gewann. Aber okay, jetzt ist das witzige Tier mit Ärgerfaktor zurück und das mit neuen Karten, die teilweise Sonderaktionen wie das Ziehen von Karten oder die Weitergabe von Chips, das sind ja Minuspunkte, offerieren. Der magische blaue Chip erlaubt eine Zusatzaktion und auf dem neuen Tableau wird gezaubert. Da werden Chips abgelegt, wenn ein Lama gespielt wird. Und wenn die Tafel voll ist, sollte man dringend noch ein Lama auf der Hand besitzen, um den Minuspunkten zu entgehen. Mehr dazu bald bei uns. Wheels vs. Doors ist ein einfaches, witziges neues Chatspiel, bei dem es darum geht, als erster zehn Räder oder zehn Türen zu sammeln auf kleinen Kärtchen. Diese erhält man, wenn man mit seinen Chips auf die richtige Antwort setzt. Bei einer falschen Antwort verliert man sie aber auch wieder. In jeder Raterunde werden auf einer Karte zwei zufällige Gegebenheiten gegenübergestellt. Da werden dann quasi Äpfel mit Birnen verglichen. Ja, was gibt es mehr? Gemälde im Louvre? Oder gibt es mehr Stufen im Frankfurter Messeturm? Die Auflösungen liefern da dann auch immer den einen oder anderen Aha-Effekt. Mehr zum Spiel lest ihr schon bald auf unserer Webseite. Außerdem jetzt gut drei Jahre alte Bonfire von Stefan Feld. In diesem komplexeren Kenner bzw. schon Experten-Spielen möchten wir die Städte wieder zum Leuchten bringen. Das machen wir, indem wir auf unserem Tableau Aktionsstreifen anlegen, um passende Marker zu erhalten, die uns zusammen mit den Ressourcen dann diverse Aktionen ermöglichen. So reisen wir mit dem Schiff zu den Inseln, besorgen uns Aufgaben, die wir, wenn wir sie lösen, in Leuchtfeuer verwandeln. Wir legen Prozessionswege für die Hüterinnen des Lichts, entsenden Novizen in den Hohen Rat und nutzen das große Bonfire, um unter anderem Portale zu erhalten, die die Feuer mit unseren Wegen verbinden. Eine Rezension gibt es im Archiv unserer Webseite, ein Video zudem auf unserem Kanal. Und schon als moderner Klassiker Zollkind. Da folgen wir dem Maya-Kalender, ernten Ressourcen und möchten den Göttern gefallen. Das Besondere an diesem Spiel, das 2012 zum ersten Mal erschien, dynamisches Worker-Placement. So werden die Arbeiter hier auf den verschiedenen Zahnrädern platziert und so ein Arbeiter verlangt meist zur Bezahlung. Diese Räder drehen sich Runde für Runde weiter. Je länger man auf einem Rad verweilt, umso besser wird dann die damit verbundene Aktion, aber oftmals möchte oder muss man auch lieber frühzeitig abspringen. Da wird man immer wieder vor spannende strategische Entscheidungen gestellt, die eine gute Vorausplanung erfordern. Ihr seht das Spiel hier übrigens mit besonderem Spielmaterial, denn die Zahnräder wurden hier von unserer Britta eigens bemalt. Das große Zahnrad in der Mitte hat damit seinen wirklich fantastisch herausgearbeiteten Details allein schon knapp 40 Stunden Arbeit eingefordert. Aber gelohnt hat sich das doch auf jeden Fall, oder? Wenn ihr gern mal mit uns spielen möchtet, Neues oder Altes, dann kommt zu uns nach Witten ins Ruhrgebiet. Jeden Dienstag und jeden Donnerstag habt ihr die Möglichkeit, bei unseren öffentlichen Spieletreffs dabei zu sein. Meldet euch einfach kurz für mehr Infos. Und weiter geht's dann in den nächsten Tagen. Unter anderem mit einer Preview zum gerade bereits gezeigten Spiel Train Rush und außerdem mit einer Rezension zu Evenfall. Alle News gibt's wie gewohnt auf Facebook, X und Insta und auf unserer Webseite. Tschüss und ciao, bis nächste Woche.